Norddeutscher Rundfunk 2021 Ach Mann, der soll die gute Jacke ausziehen, wenn er da im Sand rumwühlt. Die haben wir letzte Woche erst gekauft. Lu! 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 Verdammt noch mal, Lu! Unfassbar, der hört einfach nicht. Ist mein Mann dran schuld mit seiner verständnisvollen Erziehung. Er lässt ihm viel zu viel durchgehen. Lu! Heißt dein Sohn nicht Tim? Tim, jetzt wo du's sagst. Du hast völlig recht. Lu ist unser Kater. Ich komm da immer durcheinander. Tim! Ja, Mama? Könntest du bitte die Jacke ausziehen, bevor du den halben Sandkasten umgräbst? Ja, okay, Mama. Danke. Muss doch nicht sein. Lu, Tim, Tim, Lu. Wie soll man da nicht durcheinander kommen? Ist auch mein Mann drin schuld.